Wir wollen jetzt noch den Begriff der Halbordnung kennenlernen. Eine Halbordnung ist eine Relation R auf einer Grundmenge A. Falls für alle Elemente x, y und z aus der Grundmenge A gilt, dass die Relation reflexiv ist, das heißt, jedes x steht in Relation mit sich selbst, dass die Relation transitiv ist, das kennen wir bereits, wenn x in Relation mit y steht und y in Relation mit z, dann muss auch x in Relation mit z stehen. Und schließlich muss die Antisymmetrie gelten. Das ist jetzt der neue Begriff in diesem Abschnitt. Das heißt, wenn x in Relation mit y steht und y in Relation mit x, dann muss x gleich y sein. Wir wollen den Begriff der Halbordnung anhand einiger Beispiele näher verstehen. Schauen wir Beispiel 1 an. Für alle Mengen Omega ist die Inklusion eine Halbordnung auf der Potenzmenge von Omega. In diesem Fall ist diese Potenzmenge von Omega unsere Grundmenge. Um die Aussage jetzt nachzuprüfen, gehen wir einfach schrittweise die Behauptungen 1 bis 3 durch. Das heißt, wir beginnen mit der Reflexivität. Was wir dort zeigen müssen ist, dass für alle Mengen Groß-X aus der Potenzmenge von Omega gilt, dass x eine Teilmenge von x ist. Das ist aber natürlich richtig, weil jede Menge eine Teilmenge ihrer selbst ist. Also die Reflexivität, das passt. Dann zur Antisymmetrie. Was müssen wir jetzt dort zeigen? Ja, wir müssen zeigen, wenn wir zwei Mengen x und y haben und x ist eine Teilmenge von y und y ist auch eine Teilmenge von x, dass dann gilt, dass x gleich y ist. Und zwar, diese Aussage gelten für alle x und y aus der Potenzmenge von Omega. Das ist aber wiederum richtig, weil nur x selbst ist sowohl eine Teilmenge als auch eine Obermenge von x. Also auch hier haben wir einen Haken. Und dann die Transitivität. Wenn wir wissen, dass x eine Teilmenge von y ist und auch wissen, dass y eine Teilmenge von z ist, schreiben wir dann auch kurz so, dann wissen wir natürlich auch, dass x eine Teilmenge von z ist. weil eine Teilmenge von einer Teilmenge von z ist. Also das gilt auch für alle x, y und z aus der Potenzmenge von Omega. Und damit haben wir alle drei Eigenschaften gezeigt. Ein weiteres Beispiel ist die komponentenweise kleiner- oder gleich-Relation in einem Raum von n-Tupeln. Das heißt, wenn wir zwei n-Tupel haben, also a1 bis an, dann sagen wir, dass dieses Tupel kleiner gleich ist als das Tupel b1 bis bn. per Definition genau dann, wenn der Eintrag an der Stelle i von a kleiner-gleich ist als der Eintrag an der Stelle i im Vektor b. Und zwar das für alle möglichen Eintragspositionen. Und diese kleiner-gleich-Relation hier, das ist die übliche auf zum Beispiel r. Und damit haben wir eine Relation definiert auf r hoch n. Ihre Aufgabe wäre, das mal nachzuvollziehen, dass das tatsächlich eine Halbordnung ist. Beispiel c. Unser letztes Beispiel ist die Teilbarkeitsrelation. Diese haben wir schon zuvor gesehen. Die notieren wir mit einem Strich. Und die betrachten wir auf den ganzen Zahlen z. Zur Erinnerung, wie war das definiert? m teilt eine ganze Zahl n per Definition genau dann, wenn n geschrieben werden kann als ein Vielfaches von m. Also es existiert z.B. ein k, dass ich das schreiben kann. Das k ist ebenfalls aus den ganzen Zahlen. Gut, die Behauptung ist, dass das auch eine Halbordnung ist. Und auch da wäre ihre Aufgabe zu zeigen, dass diese Relation reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist. Das Nette an Halbordnungen ist, dass man sie grafisch darstellen kann. Wir werden das später noch etwas genauer sehen. Hier nur ein einführendes Beispiel. Betrachten wir diese Teilbarkeitsrelation und nehmen als Grundmenge mal die Menge T her. Das sei die Menge der Teile der Zahl 60. Zwei Elemente m, n aus t sind in unserem Diagramm durch einen Pfeil verbunden, wenn gilt, dass m, n teilt. Also z.B. die Zahl 1 teilt die Zahl 3, die Zahl 1 teilt 5, die Zahl 1 teilt 2, die Zahl 3 teilt 15, 15 teilt 30 und so weiter. Aber wir haben noch eine weitere Bedingung hinzugefügt. Und zwar soll es kein k aus der Grundmenge T geben, das verschieden von m und n ist, für das dann gilt, dass m k teilt und k n teilt. Anschaulich gesprochen, so ein Pfeil hier, 1 ist natürlich ein Teiler von 4, den lassen wir in unserer Darstellung vom Diagramm weg. Damit bleibt das Ganze etwas übersichtlicher. Diese Diagramme, wir werden sie später formal definieren, heißen Hasse-Diagramme. Zwei wichtige Begriffe im Zusammenhang mit Halbordnungen sind kleinste Elemente und minimale Elemente. Zunächst einmal, wenn man eine Halbordnung hat, zum Beispiel diese Relation hier, man notiert das dann auch oft mit kleinergleich und eine Grundmenge a, dann ist dieses Tupel, das wir hier haben, eine halbgeordnete Menge. Und nun heißt ein Element a aus der Grundmenge kleinstes Element, falls für alle Elemente b aus der Menge gilt, dass a kleinergleich b ist. Was das aber insbesondere heißt, ist, dass a mit allen Elementen vergleichbar ist. Entsprechend könnte man definieren, was ein größtes Element ist. Weiter heißt dieses Element a minimales Element, falls es kein Element b aus der Grundmenge gibt, sodass b kleinergleich ist als dieses a und die Elemente b und a verschieden sind. Was wichtig ist, ist, falls es ein kleinstes Element gibt, beziehungsweise ein größtes, wenn man das analog definiert, so ist dieses immer eindeutig bestimmt. Es muss aber nicht existieren. Und minimale Elemente, die kann es durchaus mehrere geben. Schauen wir uns das in Hand eines kleinen Beispieles an. Da zeichnen wir schnell wieder ein Hasse-Diagramm und in Hasse-Diagrammen lässt man dann auch ganz gern die Pfeile weg und denkt sich diese von unten nach oben. Auch das ist zur Übersichtlichkeit. Ja, was wir hier in dieser durch das Hasse-Diagramm gegebenen Halbordnung haben, ist, dass es ein größtes und damit auch ein maximales Element gibt. Das ist dieses hier. Und es gibt zwei minimale Elemente. Das sind diese hier. Aber was es nicht gibt, es gibt in dieser Halbordnung kein kleinstes Element. Ja, warum nicht? Was ist das Problem? Ja, das Problem ist, dass nicht alle Elemente miteinander vergleichbar sind. Wir wissen zum Beispiel nicht, welches dieser minimalen Elemente kleiner ist als das andere. Also diese zwei können wir nicht miteinander vergleichen zum Beispiel. Daher kann es eben kein kleinstes Element geben.